Aber ich bin nicht wirklich in dich verliebt. Verstehe ich nicht. Naja, lieben tue ich dich auf jeden Fall. Aber Verliebtsein ist echt was anderes. Nee, das ist überhaupt nichts anderes. Wenn du jemanden liebst, dann bist du auch in ihnen verliebt. Eben nicht. Wenn man jemanden liebt, dann ist das so allgemein und überhaupt. Und wenn man in jemanden verliebt ist, dann ist das Ganze in diesem Moment und so. Ich habe eine Diskussion satt. Wenn ich mich mit einer Frau unterhalte, habe ich noch lange keinen Sex. Ich ertrag das nicht mehr. Ich ertrag das nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Du wirst Schluss machen. Ja? Ja, verrat noch mal ab. Verbrichst dich. Weißt du was? Du bist krank. Du hast Lust auf knackige Erdbeeren? Dann komm rein und bring die Sahne mit. Ich erfülle deine Wünsche. Besuch mich im Chat. Musik Musik Untertitelung des ZDF, 2020